Norddeutscher Rundfunk 2021 So? Oder so? Wie geht das? Zur Haarpflege benutze ich täglich ... Ähm ... So ein Lockengel, sodass mein Locken ein bisschen rauskommt. Wenn ich mein ganzes Leben nur noch eine Süßigkeit essen dürfte, dann wäre es ... Kinder Bueno. Meine Mama kocht die Besten ... Ähm ... Apfelstrudel. Wenn mein Sohn später Eintracht Frankfurt Fan wird, dann ... Schwierig. Der lustigste Teamkollege ist ... Braden Manu. Mein Urlaub verbringe ich am liebsten in ... Boah ... Spanien. Beim Armdrücken mit Patrick Pfeiffer würde ich ... Haushoch gewinnen. Im Supermarkt kaufe ich immer ... Ähm ... Was kaufe ich immer? Keine Ahnung. Kaugummis, ich weiß nicht. In jedem meiner Länderspiele für die U21-Nationalmannschaft habe ich ... Ein Tor geschossen. Das größte Problem mit fast zwei Metern ist ... Türrahmen. Der größte Vorteil mit fast zwei Metern sind ... oder ist ... Ähm ... Fußballspiele. An einem freien Tag gehe ich gerne? Gehe ich gerne ... Spazieren, entspannen, erholen. Mein Lieblingsfilm ist ... The Equalizer. Wenn ich für immer nur noch einen Song hören dürfte ... Wäre es ... Für immer nur noch einen Song ... Boah, das würde ich nicht durchhalten, glaube ich. Aber ... Ich habe viele Lieblingssongs, aber einen auszuwählen ist, glaube ich nicht. Wenn du mich auf einen Künstler beschränken müsstest ... Kanye West. Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, dann wäre ich heute ... Basketballspieler. Kannst du Basketball spielen? Geht. Ich habe noch ein bisschen trainieren müssen. Bei einem Karaoke-Abend singe ich immer ... Ähm ... Was singe ich da? Also ... Ich hatte noch keinen Karaoke-Abend bis jetzt. Was mache ich eigentlich nicht? Wenn Einstand singen ... Aber wenn ... Dann würde ich Feierabend singen. Oder ... Alle Mann nach links. Ich weiß nicht, wie der Dings hier heißt. Doppelhorn. Doppelhorn, genau. Wenn ich den Fernseher anmache, dann schaue ich am liebsten ... Fußball. Dann die letzte Frage. Unser Auswärtsspiel in Dresden endet ... 3-1 für uns. Danke dir. Das war's schon. Danke. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert einfach unseren YouTube-Kanal. Rollerгrumöhr. Holler Räust! Holler Räusteler! Holler Räuhr! Holler Räusteler! Vielen Dank.